Meine Brüder, liebe Schwestern, Salam Aleikum! Mein Name ist Michael Pöpsting, ich bin Sprecher der AKO-Mefreiung. Heute ist der fünfte Jahrestag des Beginns der syrischen Revolution. Wir stehen hier, um gemeinsam mit unseren Brüdern und Schwestern in Syrien mit einer Stimme zu sagen, Nieder, nieder, mit Assad! Nieder, nieder, mit Assad! Nieder, nieder, mit Assad! Nieder, nieder, mit Assad! Das syrische Volk kämpft seit fünf Jahren für die Freiheit, gegen den Mörder Bashar al-Assad. Alle aufrechten Menschen auf der ganzen Welt sind in Solidarität mit diesem Befreiungskampf. Die Medien sagen, dass die Freiheitskämpfer in Syrien Terroristen seien. Das ist eine Lüge! Unsere Brüder und Schwestern sind keine Terroristen. Sie sind Freiheitskämpfer und darum stehen wir in Solidarität mit Ihnen gestern, heute und solange, bis die Freiheit in Syrien erkämpft ist. Wir verurteilen Russland, das gemeinsam mit dem Regime in Teheran unsere Brüder und Schwestern in Syrien ermordet. Wir verurteilen die USA und Frankreich und Britannien, die ebenfalls mit Bomben gegen das Volk in Syrien vorgehen und die jetzt einen neuen Teilungsplan gegen Syrien ausmachen wollen. Wir sagen Nein zur Aufteilung von Syrien! Wir sagen Nein zur Zusammenarbeit von USA, Russland und EU! Denn sie wollen nichts anderes als die syrische Revolution beenden! Wir sagen Russland, USA, EU, raus aus Syrien! Unterstützung für den Freiheitskampf in Syrien! Unser Ziel ist ein freies Syrien, wo alle Menschen, egal ob Sunniten, Schiiten, Hallewiten, Drosen, Christen, alle Menschen müssen gleichberechtigt in einem freien Syrien zusammenleben! Drei Zusammenleben in einem Syrien, wo nicht mehr ein paar Generäle und ein paar Superreiche die Macht haben, sondern das arbeitende Volk selber! Deswegen heißt es internationale Solidarität mit dem syrischen Freiheitskampf! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Lasst uns zum Schluss noch einmal sagen, was unsere Brüder und Schwestern, wofür sie in Syrien kämpfen und wofür heute und in den nächsten Tagen weltweit tausende Menschen auf die Straße gehen. Nämlich Freiheit für Syrien! Wieder nieder mit Assad! Danke, Shukran! Danke!